Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, wir spielen heute mal wieder Skywars of Mondopia, sehr gute Sachen jetzt erstmal bekommen. Und mal gucken wie es wird, ich wette ja wieder alle Schneewelle, aber die Mitte ist ziemlich nahe, der erste Schneewelle fliegt schon, warum werft den nicht auf den da hinten, sowas verstehe ich nicht. Jetzt ist er in der Mitte, bekommt die ganze Scheiße da und ich hab gar nichts und da hinten baut sich der nächste rüber, ja, warum wirft den denn nur auf mich, ok ich nehme jetzt erst mal Stärke, wow, das wird hart, hab ihn, gut, ich glaube ich hab die Mitte jetzt erstmal erobert, für irgendwas zu werfen, die Erschwert habe ich erstmal, auch ganz hübsch, jetzt hab ich meinen Stärkeeffekt eigentlich voll umsonst, obwohl, ne, ohne den Stärkeeffekt hätte ich den Typen eben nicht so schnell gekillt, ok da ist einer, den, Aua, Junge, die machen voll Schaden, bitte, bitte überlebt, bitte überleben, ja, ich lebe, ich lebe, gut, ich habe jetzt auch noch nicht die beste Rüstung grad an, weg mit dir man, nicht getroffen, doch, gut, gut getroffen, ja, die Mitte jetzt zu halten ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorher gedacht hätte, erstmal die ganze Scheiße rausholen, und du da, bleib da hinten, Aua, naja, trank, der schwäch hat mich geworfen, weg ist er, so, jetzt fehlt noch einer, der Enderdrache noch, aber ich habe schon viele Enderdrachen besiegt, da denke ich mal, wird der jetzt auch kein Problem sein, mega behinderter Wurf von mir, gut, Freundchen, was willst du tun, er weiß doch, dass ich einen der Schwert habe, deswegen wird er wissen wahrscheinlich, dass er gar keine Chance hat, ja, man, wozu baust du dich jetzt zu, und, da, wow, beinahe, und jetzt, komm schon, den kriegen wir doch mal, und, damit habe ich gewonnen, herzlich willkommen zu der zweiten Runde Skywars, ja, eben die Runde war ganz gut, wird es ziemlich kurz, wir machen jetzt noch eine zweite Runde, gut, ja, Enderperlen am Anfang, sowas ist doch gut, können wir erstmal sofort in das komische Gebilde rein, eine geile Rüstung haben wir auch jetzt, würde ich mal sagen, ja, ein Schwert ist ja auch gut, ja, die Runde, wird gut, das verzaubern können wir auch gleich, wenn wir ein paar Level bekommen, ja, alter, gute Runde, haben wir noch einen Helm, ja, komplette Rüstung, sehr gut, okay, wir brauchen zwar nicht alles, dann werde ich mal die Reste entsorgen, die wir nicht brauchen, so, 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 okay, jetzt sind wir schon ein bisschen aufgeräumt, jetzt geht's hoch, okay, mal gucken, ich habe diesmal ein anderes Kit genommen, aber diesmal habe ich so wenig Gegner, da bringt das eigentlich nichts, ich habe das Kit Berserker, wo man drei Minuten Stärke hat, das ist eigentlich ziemlich gut, wenn man richtig viele Gegner hat, aber jetzt bei so wenig Gegnern, ich weiß nicht, ob das was bringt, wo eben habe ich einen gehört, als ob hier jemand in meiner Nähe war, ach, da unten will sich einer langbauen, Freundchen, man, ich will eigentlich hier oben bleiben, ach, egal, Hallöchen, nein, ich werde sterben, ich werde sterben, na, fuck, Chica, so, weg ist er, Goldapfel, der andere macht auch das Gleis kaputt, das heißt, der ist in der Nähe, und dann, er hat ein Diaschwert, er ist stärker, aber wir haben gewonnen, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da, und das war's dann auch mit dem heutigen Video in Skywars, ja, bewertet es, und bis zum nächsten Video, ciao, ciao. Ciao.